Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen Abschluss, JFD-Devisenradar, Abschluss der Woche hier am Freitag. Grüße Sie nochmal ganz herzlich nach den gestrigen Turbulenzen zur EZB. Da gab es ja nun wirklich wilde Bewegungen. Schauen wir uns dann gleich nochmal speziell in einem Währungspaar an. Wollen wir hier aber auch den Yen jetzt mal beleuchten, der heute wieder unter Druck steht. Entsprechend profitieren hier Währungspaare, die mit dem Yen im Kontext stehen. Wir sehen hier zunächst mal den Chart auf Wochenbasis des Yen-Indexes. Also hier mal die Beschau eines Querschnitts des Yens gegenüber einem Währungskorb aus vier Währungen. Und da ist sehr schön zu sehen, das wäre eben Euro, Schweizer, Franken, britisch Pfund und US-Dollar, um es konkret zu machen. Sehen wir eben hier den Index für den Yen sozusagen. Und der wertete natürlich hier ganz sauber ab nach dem Regierungswechsel hier von Shinzo Abe, der dann hier 2012, 2013 dann sozusagen hier in die Macht kam und da auch die finanzpolitische Ausrichtung änderte. Und da sind wir hier im großen Bild sehr schön. Unlängst aber hier, wir sehen es Mitte 2000, man könnte ja auch so eine inverse Schulter für alle Fans dieser Formation sozusagen interpretieren, gab es hier eben aber auch enormen Auftrieb wieder für den Yen. Jetzt in der aktuellen Handelswoche, wie gesagt, das ist der Wochenschart, kommt der Preis allerdings scharf zurück. Wir sehen, auf den Index bezogen, haben wir hier im Bereich von 265 Punkte ein wirkliches stabiles Support Level. Das ist allerdings nochmal ein ganzes Stück weg. Wenn man die aktuelle Woche projiziert, sieht man, es könnte gut und gern auch direkt nochmal so einen Schub nach unten geben. Und das wollen wir uns jetzt mal ein Stück weit genauer anschauen hier im Tagesschart des entsprechenden Indexes. Das heißt hier 265 wäre hier diese Linie, grob gesagt. Aber wir sehen auch hier im Vorfeld, wenn wir uns jetzt eben in den Chart hinein zoomen, dass wir hier bereits im Bereich 271, also unmittelbar vorausliegend, an einem Support sind. Rein technisch betrachtet ist hier eine Zone, wo der Yen rein technisch immer wieder aufgefangen wurde, buchstäblich. Und das ist eine sehr, sehr interessante Tatsache, der man sich hier nicht entledigen kann. Denn wenn wir jetzt auf die Währungspaare gehen und dann möchte ich jetzt hier heute mit dem aktuellen Gewinner anfangen, also das britische Fund wertet heute stark auf gegen den Yen, 1,25 Prozent, schon deutlich über Range gelaufen. Das ist wirklich zur aktuellen Handelsstunde schon 236 Pips ist eine Hausnummer. Das sehen wir jetzt mal hier an den Bewegungen und Impulse gab es hier in der Früh. Zum einen waren die Daten in der Nacht aus Japan schwach. Es gab dann auch Dienstleistungsdaten. Also der Dienstleistungssektor hat hier sozusagen auch die Prognose. Jetzt sage ich mal nicht, es wurde von einem größeren Minus ausgegangen, aber es war trotzdem ein Minus sozusagen ausgereizt. Und in der Nacht kam auch noch der Einkaufsmanager-Index, der dann deutlich schwächer war als erwartet. Und zu guter Letzt gab es eben auch, und das muss man natürlich auch erwähnen, warum die Yen-Schwäche so auftauchte, auch die Gerüchteküche, dass die Bank of Japan hier praktisch negative Zinsen für das Kreditprogramm der Finanzinstitute erwägt. Und dieser Cocktail hat jetzt dazu eben geführt, dass wir hier eine massive Abwertung vom Yen gesehen haben, die im Gegenzug eben hier die anderen Währungen nach oben hoben. Und da haben wir jetzt speziell mal den Euro, das britische Fund gegenüber dem Yen im Vokus. Und da sehen wir hier, dass wir technisch an einem interessanten Level sind, viel mehr gerade aktuell auf Wochenbasis über das Widerstandslevel 156,75 rausziehen. Sie sehen diesen blauen Tendenzfall, ein Pullback wurde durchaus präferiert, allerdings mit der Möglichkeit, dass der Markt dann eben nach unten abdreht. Hier auf Wochenbasis sieht das jetzt hier aktuell recht bullisch aus. Der Freitag ist noch nicht rum, es kann noch viel passieren. Wir haben zwar jetzt zum Tagesabschluss jetzt nicht mehr so viele News. Der Freitag hat hier jetzt keine brisanten News heute, außer das, was in der Nacht aus Asien kam. Wir haben hier nur noch um 10 Uhr den Einkaufsmanager-Index für Europa, für das verarbeitende Gewerbe. Und dann blätschert es so am Nachmittag dahin. Also aus Kanada kommt noch was, 14,30. Aber sonst ist hier nichts mehr Großes, rein konjunkturell technisch gesehen, im Fluss, im Zulauf. Das heißt, Markt relativ technisch bestimmt. Also hier auf Wochenbasis sieht das bullisch aus. Gehen wir aber mal in den Tagesschart hinein vom britischen Fund gegenüber dem japanischen Yen. Sehen wir, dass wir hier aktuell einen Widerstandslevel touchieren. Schreckstrich auch darüber schauen. Das ist sehr interessant zu sehen. Jetzt geht es buchstäblich um die Wurst. Denn wenn wir im Tagesschlusspreis eben über einerseits hier auf Wochenbasis gerade gesehen, dem Niveau von 165, 156, 75, 156, 80. Das wird wohl kaum zu vermeiden sein machen. Und dann auch aber zudem hier auf Tagesbasis dieses Level hier bei 158, 45 überschreiten. Dann ist hier grundsätzlich weiterer Spielraum nach oben in Richtung des Bereichs von 164 Yen gegeben. Das sieht technisch gesehen eigentlich ganz gut aus. Man hat aber jetzt eben hier den Umstand, dass das britische Fund gegenüber dem japanischen Yen zwar das Vortageshoch hier gerissen hat, aber hier aktuell in einem Bereich ist, wo sich jetzt wirklich entscheiden muss, ob da nochmal was draufkommt. Also das Währungspreis ja durchaus im Stande, auch mal Tage hinzulegen mit 200, 300 Pips. Das kann eben durchaus auch passieren, dass wir heute nochmal 100 Pips draufkommen. Im Schnitt haben wir hier eine Range in der Vergangenheit 190, 195 Pips. Die sind wir aktuell schon gelaufen mit 236 Pips. Aber wie gesagt, es kann hier durchaus nochmal ein Schub nach oben kommen. Nur wüsste ich nicht, wo der heute herkommen soll. Deswegen wahrscheinlich hier so ein Stück weit Patz-Situation. Und mit Beginn der neuen Woche wird es dann spannend, ob wir uns hier drüber etablieren können oder nicht. Sagt der Preis hier wieder unter 158 zurück, muss man, kann man davon ausgehen, dass eine Schwäche wieder Einzug hält, die jetzt hier kurzfristig nicht ins saisonale Bild passt, aber mit Beginn Mai haben wir hier rein beim britischen Fund gegenüber dem japanischen Yen betrachtet eine relative Schwäche vor Augen. Das lässt sich nicht bestreiten. Also insofern aufgepasst, britisch von Yen ganz interessant. Der Yen-Index selbst steht kurz vor einer Unterstützung. Sollte das ausbleiben, hier nochmal direkt die Beschau, hier ist das Unterstützungslevel. Sollte es ausbleiben, dann gehen wir wirklich nochmal gute 5 Punkte runter. Und das wäre dann entsprechend bei den Währungspaaren hier sicherlich dann ein Aufschub in Richtung 164. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir wirklich hier noch ein paar hundert Pips nach oben drauflegen. Das sieht rein technisch aktuell ganz gut aus. Bis auf, dass wir eben hier die Range heute schon gebrochen haben. Wirkt aber, wie gesagt, leicht bullish das Ganze. Und jetzt hier zum Euro gegenüber dem japanischen Yen hatten wir vorhin auch schon im Post im Chat, im Stream. Hier die Situation übergeordnet. Natürlich eine klare Schwäche noch. Auch hier mal den Wochenschart kurz vorgezaubert. Da war im Prinzip das Ziellevel um 120 Yen noch nicht erreicht. Wir sehen aktuell hier eine Erholung in diese Stauzone, in diese Widerstandszone. Ich mache es mal rot. Da ist noch nicht alles ausgestanden. Aber interessant auch hier der Tagesschart zum Euro gegenüber dem japanischen Yen. Hier wurde auch schon unlängst, das ist eine der letzten Analysen, die ich jetzt hier vom Chart her noch so aufgerufen habe, eine Stabilisierung interpretiert. Dieses Unterstützungslevel hätte halten müssen. 125,25 ist nicht passiert. Aus dieser Unterstützung wird nunmehr ein Widerstand rot. Und genau nachdem es eben hier durchging, hat der Yen auch tatsächlich weiter zugelegt gegenüber dem Euro. Und jetzt ist der Euro eben hier in dieser Situation, dass wir auch hier an einen Widerstand dranlaufen. Muss man wie gesagt vom Yen-Index auch abhängig machen und natürlich auch von der Konstellation des Euros. Wenn der hier natürlich nach oben aufwertet und der Yen sich ein Stück weit schwächer zeigt, im Zuge dessen, dass hier noch ein Stück weit Spielraum ist, dann wäre es so, wenn der Euro gegenüber dem japanischen Yen 125,25 überschreitet auf Tagesschlusspreis, insbesondere Wochenschlusspreisbasis, dann kann man davon ausgehen, dass es hier auf jeden Fall noch einen nächsten Schub nach oben geht, der dann eben hier zu dieser großen Abwärtstrendlinie bis in den Bereich 128 Yen führen dürfte. Hier haben wir dann auch nochmal einen Widerstandscluster. Das ist dadurch aus möglich, dass wir hier auch den nächsten Aufwärtsschub sehen. Also wir stehen hier unmittelbar an interessanten Punkten, sowohl beim Yen-Index selber, als auch eben bei den zwei beispielgebenden Währungspaaren, britisch Fund Yen, Euro Yen. Der US-Dollar-Yen ist auch interessant, von daher mal schauen, was da heute noch passiert. Ich denke, Anfang nächster Woche werde ich dann hier nochmal ein anderes Yen-Pair vorzaubern, um eben mal hier zu schauen, was denn da die Tendenzen machen. In dem Sinne ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Hoffe, Sie hatten eine gute Handelswoche. Die Rainbow-Webinar-Serie haben wir gestern zu Ende gebracht, war eine ganz tolle Sache. In der nächsten Woche, schon mal vormerken, gibt es am 28.04. am Donnerstag ein Live-Trading-Event über JFD Brokers. Da, wie gesagt, mal auf der Webseite gehen, unter Events, Live-Events, Webinare, da eine kostenfreie Anmeldung möglich. Da schauen wir uns ein Stück weit das Rainbow-Trading mal am Vormittag an und wollen doch mal sehen, ob da am Donnerstag in der kommenden Woche was geht. Soweit die Hinweise. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle erstmal, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören in dem Zusammenhang. Auf bald, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.